Vor ein paar Monaten habe ich bei der Braunion angefangen. Mir ist der Lkw-Schein mit Anhänger bezahlt worden. Und wie ich dann mitgefahren bin, habe ich auch die Logistikakademie besuchen dürfen. Da ist es um die Produkte von der Braunion gegangen. Es ist ums Beladen, Entladen gegangen. Wie hältst du die Fässer richtig runter? Wie hältst du das richtig rauf? Wie kannst du mit der Rodel richtig fahren? Wenn es etwas hat, kannst du selber auch etwas machen. Du kannst Reifen wechseln. Die Schneeketten haben es gezeigt, wie du es richtig montierst. Wie das Ganze vorbei war, habe ich ein Zertifikat bekommen als qualifizierter Bierführer. Und dadurch habe ich einen sicheren Arbeitsplatz bei der Braunion. Die Braunion ist der größte Getränkehändler Österreichs. Als Logistiker bist du ein Teil von über 1000 Mitarbeitern, die in Österreich unsere Kunden in der Gastronomie und im Lebensmittelhandel bedienen. Mein Name ist Emery Schlecht und ich bin Geschäftsführer vom Bildungszentrum Logistik. Wir haben uns auf Logistikausbildungen spezialisiert. Gemeinsam mit der Braunion Österreich haben wir ein neuartiges, einzigartiges Konzept der Logistikausbildung für Bierführerinnen entwickelt. Ganz besonders wird bei dieser Ausbildung darauf hergelegt, dass die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter theoretisch wie aber auch praktisch bestmöglich auf ihre neue Rolle vorbereitet werden. Wir sind stolz darauf, hier mit an Bord sein zu dürfen und gemeinsam mit der Braunion Österreich Logistikakademie hier neue Mitarbeiter bestmöglich ausbilden zu können. Die Braunion Logistikakademie bietet ein vielseitiges Repertoire. Beginnend beim Onboarding über eine Sicherheitsschulung, damit unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sicher im Unternehmen ankommen. Über ein vertieftes Verständnis für unsere Kunden bis hin zur Möglichkeit, sich zum Bierführer Profi ausbilden zu lassen. Um zukunftsfähig zu bleiben, investieren wir auch in die Ausbildung an allen Standorten und suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dieses Erfolgsrezept aus der Vergangenheit mit uns gemeinsam fortschreiben wollen. von fünfzeaus von fünfzeuer